ja hallo und willkommen und zwar wollte ich nur mal kurz fragen soll ich mir Ilkay Gündogan holen und zwar hat er eine feste Ablöse von 25 Millionen die ich natürlich sofort bezahlen würde für diesen netten jungen Kerl 23 jahre ist er ich würde natürlich gerne fahrer fahrt verkaufen das klappt aber zurzeit nicht ich kann noch mal kurz raus und ich habe zwar jetzt schon ein ganzes stückchen aufgenommen ihr seht das schon hier oben bargeld habe ich noch 37 Millionen 25 wurde er kosten es ist halt die frage was mache ich hole ich ihn genau hole ich ihn und spielt dann halt zentral das ist natürlich ganz klar oder ja also soll ich ihn holen und später noch versuchen fahrende fahrt zu verkaufen und holen mir dafür für fahrende fahrt noch hier Sergio Canales ist als Laie drauf würde mich halt auch kaum was kosten ich bin ja Gehalt kriegt ja nicht so viel ja schreibt mal bitte in dem video kurz eure meinung und tschüss bis zum nächsten Mal